Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du es hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikos da draußen Der Slays wieder auf Start Zusammen mit dem Kuro und einer kleinen Runde Let's Play Together Skyrim Sag Hallo Hallo sagen Also echt ey Sag Hallo 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 So wir sind stehen geblieben bei Bei einer blöden Spinne Bei im Ölstor zugegraben Ja bei einer blöden Spinne Gut Da ich dran bin werden Achja wir haben die Folgen jetzt beschlossen auf eine halbe Stunde zu kürzen Auf Anfrage Auf Anfrage Falls es den anderen zu lang war Richtig Und äh Ja ich bin So haben Kuro und ich das jetzt abgemacht für die Nebenquests zuständig Achso und dafür herzlichen Dank an die Zoffer HD Das wir uns ein bisschen Info und Feedback gegeben haben zu dem Spiel Achja wir Ja Bin sicher was das Bim macht? Du kennst die Riesenspinne oder? Ah Riesenspinne Äh stopp Das war jetzt doof Ja das war's auch Du musst einfach was kaputt machen Ja dafür wollte ich doch mal die Dolche nehmen Ja warum Reicht das? Das reicht Ja Müsste Nimm doch einfach die Sachen auf Favorit Auf Favorit Du musst es nur Steuerkreuz drücken um die aufzureden Nein Die waren eigentlich schon alle auf Favoriten Nein nicht meine Dolche Nein nicht meine Dolche Warum ist das geiserliche Schwert jetzt von mir nicht mehr dabei? Ja ich bin doch gerne zuvor Ja jetzt schieß What the fuck, wie seid ihr so viel aus? Du bist vergiftet im Gecko So, Kuro, wo war da jetzt das Problem? Wenn das Ding dich von Anfang an vergiftet und du nichts mehr hast zum Heilen, ist das scheiße Hm Wo war nichts? Was? Dietrich Hätte ich die Tränke vorher nicht geholt, dann wäre es jetzt am Arsch Minimal Ich töte dich gleich und halt mal den Backen Er muss noch sowieso erst mal befreien So, das reicht Hier ist auch noch was drin Ja Ja Äh Immer das Gold mitnehmen Die Steine macht jetzt keinen Sinn, damit machst du dich nur schwerer Äh, verkaufen? Das bringt dir aber nichts, wenn du da zu viel trägst Ich hab grad Schaden genommen Ihr habt das Ich müsste mich erst losgehen, ich aber nicht Muss du aber Und jetzt, noch mal auf! Hä? Steht noch vor dir Ihr hättet noch Stopp! Goldene Klaue! Das Tagebuch braucht kein Mensch Nimm's trotzdem mit Ab und zu ist sowas auch mal nicht fest Okay, nein, nimm's nicht mit Da ist erstmal nichts Aber nimm die Seensteine mit Seensteine? Den einen, der da vorne in den Becher Nicht doof? Ach den? Und ich glaub hinter dir war auch noch einer im Regal In der Wand Und die wärs ja jemand bei den Leuten bedankt, dass ihr jetzt 200 Abonnenten habt Achso, äh, ja Wir haben gestern, heute Gestern Gestern Haben wir ja die 100 Abonnentenmarke geknackt Da WUHU! Seine Weltkriebs haben kamen Ja, ich hab's durch einen Zufall, weil ich erfahren, weil ich Bei Skyline auf dem Facebook Profil geguckt hab Weil er dich zusammengeschissen hab? Nein Nachdem ich ihm geschrieben hatte Hab ich auf seinem Profil geguckt und das gesehen Auf dem Small Feather Game Profil Er hat doch kein eigentliches Profil Auf deinem regulären Profil Wolltest du aber auch noch mal machen? Ja, wenn ich mehr, ähm, ja Leute hab Ab der 250 Wenn das Stay Das Leid dabei ist Und die, ähm, die Cloud jetzt endlich richtig mitmacht Dann, ähm, will sich anfangen zu lohnen für jede einzelne Seite zu lohnen Apropos, wann, äh, steigt die eigentlich ein jetzt? Ich hab keine Ahnung, die wollen eigentlich niemals vorbeikommen, aber dann ist jeder so zwischen Ja, das hab ich gelesen Ja, das hab ich gelesen Und, äh, wir sehen uns nur beide Okay Was macht die überhaupt in England, weißt du irgendwas? Äh, da steht was auf Oh Neben dir Ach, hi Oh, ich glaub, der hat dich kurz beleidigt Du hast meine Mama beleidigt Der kann stört nicht so fast Seitdem die Abonnenten von mir denken und Zuschauer von mir denken, weil ich bin ein guter Mensch Okay Ja Wie war das nochmal? Du überlegst dir nochmal Oh, die ist schön Ich bin schon oft genug in diese Falle reingetreten Tau Ja, da vorne steht kein auf, also aufhauen Ich weis Stirb F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f er hat sich sowieso vor wir haben eine schwere Rüstung sicher Jahr blauer Bogen dann habe ich meine Einhänder das hat sie auch Rüstung, damit haben wir mehr Panzerung ich nehme jetzt nochmal Dolch, ich habe keinen Bock auf zwei Hand Krufer ja, plättere doch erstmal alle, bevor du ausnimmst ja, ich habe es gesehen so, einmal also das wird in Deutschland ist auch nur eine vorübergehende Lösung das werde ich demnächst ändern, wenn ich mal Zeit habe zum Schwiegen ich hasse diese Stelle warte mal du kannst auch sprinten ey, langweilig das kann jeder ja, ist ja nicht so, als würdest du ich speichere jetzt erstmal kurz das weil, zwischendurch speichern ist auch immer sehr witzig witzig, genau wichtig was guckst du nur guck wie lange wir schon, also wie lange es schon läuft noch nicht, lang genug noch nicht, lang genug dann findest du kein Lopper oder was? stirb äh wie hat der noch einen Charakter ich nochmal genommen? Mr. T Mr. T, okay ja, stimmt nach oben eigentlich weil es nix eigenes Pfeil ist nein, weil du es vorgeschlagen hast ja, gut wenn ich jetzt vorgeschlagen ey, spieg doch mal von der nächsten Krippe runter dann macht ihr es? ja er schon, ich mich okay was? ey gut, wir wussten ja jemanden haben, der es dann aufnimmt du stehst unten von der Krippe und nimmst auf ja wacht der auch nur auf? jetzt ja, natürlich wacht der auch warum du das nur jetzt schon ach, guck mal die oben noch raus oder alles komm her komm her komm her komm her Schatzi komm her Schatzi komm her ich mach mir das gut von ihm von ihm Waffe 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 Weißt du die Kombination von der Klaue auswendig? Nein, das hat mir aber schon mal einer gefragt Komm her, komm her, schlaubert Waffe 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 Weiss! Ich stelle 2 7 Eropkesen machen könntest. Ja. Dann ist Mr. T ein Computer-Huny. Dann ist Mr. T ins Fiege-Act, hm? Ja, mit einer Eropkesen-Granate. T, jetzt an der Kette und das Torwärtshof. Aha. Irgendwie ist das ziemlich... Logisch. Wieso? Der Schwarze muss an der Kette ziehen. Ist unser Org schwarz? Ja. Schon vergessen? Ja. Gut. Ach schade, das hat nicht funktioniert. Nanananananananana Wui! Achja, äh... Da... Ja. Wie machen wir das überhaupt am 14. mit dem Hochladen und so bei Michi-Wochenende? Keine Ahnung. Wow, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Ihr könnt... Es geht ganz einfach. Ihr ladet es schon vorher hoch, aber sucht man sich auf der Öffentlichen, dann kurz bevor ich losfalle oder sowas, sucht ihr auf der Öffentlichen, dann ist man an dem Tag oben. Ähm... Aber du musst das Kuro machen. Du bist echt witzig. Das kann er auch nicht machen. Ich fahre am Samstag. Ja. Wir sind nämlich ab Freitag nicht mehr hier. Ach, ihr seids ganze Woche bei Ricky? Nein! Wir sind bei Toni! Ach so... Hier kommt der Dennis! Nicht witzig! So! Ich sag mal, ich hab natürlich dieses ganze Hashtag geöffnet. Hashtag YOLO! Hashtag... 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 Like a Hausbau! Nanananananana... Machst du grad essen? Nein... Ne... Ich mach das nicht so zu. Wiii! Alter... Ich war ja nochmal! Nein, nein... Ja... Ich speich auch nochmal! So! Jetzt... Let's Place besteht nur aus Speichern! Stimmt doch! Und seid voll schlecht geworden, seitdem so viele Abonnenten... Nimm Damage, du Spasti! Wow! Du hast nichts mehr zum heilen! Doch, einen kleinen! Mami! Am Arsch! In der neuen Folge erfahrt ihr... Rögensley Stern! Scheiße! Neuer Plan! Ich hab ja jetzt noch 15 Minuten... In diesen 15 Minuten werde ich das schon angeschaffen, einen Typen zu killen. Das ist ein cooler Plan! Und dann ist auch schon die Folge vorbei! Das ist der beste Plan ever! Nachdem du dreimal gestorben bist! In Folge! Ich habe einen Bogen! Und ich werde ihn benutzen! Der Bogen bringt dir auch nicht viel, weil der kaum mehr Schaden macht, wie deine Schwerter! Und da hast du sogar noch länger, um das Ding zu wechseln! Ich kann aber mit einem Bogen umgehen! Ja, dann setz ihn auch auf Dings! Auf Favoriten! Wo ist dieser Spasti? Spasti! Wo bist du? Ich seh' noch von hier! Ach da! Viel mehr! Spass niemand! Spass! Spass! Der viele Seher! Auf einen Fall! Aber das ist okay! Denn wir haben jetzt ja niemand mitbeziehen! Geht's dir gut Sky? Nein! Das war der Käpt'n wie so ein Super-Sommer-Song! Ich kenne das nicht! Ich kenne das nicht! Ich kenne das nicht! Alter, den hast du gerade voll in den Arsch geschossen! Weil ich's kann! Und jetzt ins Knie! Der Fall ist immer Arsch! Der hat ein Knie in den Fall bekommen! Äh! Ich weiß nicht wie gesagt! Er ist ins Ei gekommen? Nein! Nein! Er ist kein Abenteurer mehr! So! Einmal! Nein! Zweimal! Das war's zweimal! Ihr seid eben gerade! Ach so! Das zählt ab jetzt! Ah! Okay! Also jetzt! Zweimal dann noch! Wir können mit Deadmontage machen! Hä? Ja! Das ist jetzt ähm! Insgesamt schon das! Ich bin zweimal! Du einmal! Ja! Jetzt nochmal zweimal! Fünfmal! Fünfmal! Ja! Jetzt nochmal! Fünfmal! Was ist denn Deadmontage? Ja! Die ganzen Szenen wo ihr gestorben seid! Kann man bei dir auch! Nein! Kann man nicht! Da ist auch der Brückenfall! Ja! Der war ja wohl nicht so! Scheiße! Hab ich jetzt schon gesehen! Ehrlich? Okay! Das wird nix! Ich bin vor die Wand gelaufen! Ja! Ich weiß! Zweimal! 2 ist die multiplicationen! Man hört man direkt auf den Schein Om! Zwei! Jesus Panzage! Ich schicke die beiden Wölfe! Sie sehen so nett aus! Ich schicke die neuen Wölfe! Schießt doch einfach durch das Geflecht durch, dann sieht er dich nicht zu schnell. Wenn ich gut bin, nicht. Sehr gut, damit hast du bestimmt eigentlich jetzt. Aber da muss noch mehr angehen, ne? So nicht. Und dann hat er dich. Nein, hat er nicht. Er hätte sich erst mal informieren müssen, wo es zurückgeht. Äh, hier nicht. Das stimmt. Stahlpfeile wären jetzt geil. Besser so, als wenn wir 200 Marsch sterben. Ja, ich konzentriere mich. Ich bin schon aufgestanden. Ich bin schon aufgestanden. Die Bogen sind vom Boden. Dreimal. Wie kommen wir an diesem Droge vorbei? Wir haben keine Haltrenke. Da kommt man schon dran vorbei. Du musst noch ein bisschen taktischer denken. Ja, dann noch. Alter, wir spielen zusammen, man. Ja, du hast es ja vorhin schon. Du musst ihn anschießen und dann wieder zurückgehen. Ja, aber das hat er... Und dann einfach nur warten, bis er dich nicht mehr sieht. Das wird dir ja angezeigt, indem du versteckt bist. Und dann gehst du einfach wieder hin. Ja, aber das ist doch auch irgendwann langweilig. Ja, aber so kriegst du es wenigstens hin. Du bist ja geil auf die Schiene hier. Ich muss es sofort schaffen mit einem Rutsch. Das war... Und dann schießt er auch noch daneben, dass er dich bemerkt. So, und jetzt aufstehen, umdrehen und wegrennen. Das Schleichen bringt in dem Fall überhaupt nichts. Du musst nicht so rumschalten, du kannst auch näher ans Mikrofon rangehen, du musst nämlich so rumschalten. Doch, ich stehe das Ding einfach mal leiser. Ja, der war auch voll laut Schärfe. Ja, selbst schuld, Junge. Ich weiß ja nicht, wer hatte den denn zuletzt auf? Ja, du. Nein. Doch. Der hatte keinen mehr auf gehabt. Das letzte Mal, wo wir gespielt hatten, hatte ich den als letztes auf. Das war nämlich zum letzten Mal, wo wir aufgenommen haben. Das stimmt, da war was. Siehste? Aber ich habe eigentlich nichts an der Lautstärkung geändert. So lange, wie du deine Anime mal hörst. So. Oh. Oh. Ich habe jetzt schon mal gesehen, dass ich das ungern. Hä? Da, hast du den Gucken hierher. Da, hast du den Gucken hierher. Da, hast du da… Hier, hast du doch mal. Hier haben wir es doch mal. Wo ist das mal. Wann? 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 Böse Wand. Fünf 음jag, voll schlimm. ich schleich doch praktisch das ist egal der hört sich trotzdem bei der Rüstung warum haben wir nochmal eine schwere Rüstung aber nichts anderes hatten ja das ist jetzt gerade ein bisschen mühselig ist eigentlich auch nicht meine Spielweise ja das hat man gesehen bei den ersten drei ersten viermal tot drei, ja komm, bleib stehen schießt noch einen hinterher wirst du so lange wie er braucht um sich umzudrehen außerdem bist du jetzt Level hoch wechsel auf Schwerte oder auf Waffen also Randwaffe kein Bogen ins Knie wie ist das? geht doch hat auch nur 8 Minuten gedauert ja und du hast es wir nicht diese Logik ist unbestreitbar und noch eine Truhe wir haben noch ja ja 17 16 16 bin ich jetzt doof? ja ah das das da aber warum nimmst du das nicht mit? ich wollte eigentlich ein Schwert ein Dolch aber ok wieso ich spiel gern mit Bogen wieso Armbrust ist immer noch viel besser nein 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 da musst du bei Armbrust auch du musst das Ding auch selber spannen da musst du die ganze Zeit festhalten du musst die ganze Zeit halten du musst die ganze Zeit halten und zielen und das ist wie so war hier nicht das ist ein Ork und kein Legolas war hier irgendwo was? äh ja da sind irgendwo Feinde für beides Ding noch um abschießen und jetzt auf das andere Ding zielen und jetzt einfach nur warten dann erfüllt sich das selber die sind nämlich nicht intelligent siehst du? einfach auf den nächsten schießen der kommt dann auch oh nicht wenn er wegläuft schieß mal einfach einen Bogen der hört der es äh schieß den Bogen hallo bleib stehen du Penner wenn du mit Feindbogen so gut umlegen kannst du sie so aufhörst wenn du sie sehen kannst du sie so aufhörst tue ich ja normalerweise auch ja normalerweise hätte es noch warten können hätte es noch warten können ja ich hätte da steigen ich würde mal ein Level aufsteigen und dann die Kette auch noch mit der Kette den scheiß Schwingmechanismus ausmachen da ist sonst nichts mehr schade aber trotzdem Level up ja ich brauche etwas Level up so äh dadaa so wo ist es ja nur mit Traugleiche uff da im Rottwogen und Pfeile und Knochen mehr Nennen Apropos da war uns jetzt eine Stunde mehr Kuh wie machen wir es zwei Folgen hintereinander jeder oder immer abwechselnd weiter ok er sagte zwei Folgen hintereinander ja so er hat zwei Folgen ja wenn er jetzt die halbe Stunde fertig hat dann speichert er das macht das nächste mit einer halben Stunde ja dann machen wir es abwechselnd ja macht er heute seine zwei Stunden fertig und den Rest machen wir dann noch meine Stunde beziehungsweise wir haben auch noch ein Punkt ne jetzt mach er seine Folge fertig dann machst du deine Folge fertig gut jede Folge jemand anders muss sein gut das heißt jetzt heute doch nur jeder eine oder andere ja ihr könnt halt jemand anders machen dann immer zweimal aber es muss halt jede Folge in einer Woche jede neue Woche muss ein anderer altes machen ja so ich war jetzt noch die Tür auf und dann darf Kuro Kölsch und den ersten Boskeln der ersten wichtigen Boss um Komi war Bär Schmetterling Eule bei mir ist das Ding Schmetterling das wird aber auch so im Wiking wenn dann das Schmetterling schmetterling dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch dass ihr zugeschaut habt die halbe Stunde ist jetzt rum leider und ich übergebe jetzt an den Kuro wir sehen uns dann beim nächsten Mal